In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese köstlichen Quarkbrötchen, die es sonst nur beim Bäcker gibt, ganz einfach zu Hause selber backen könnt. Und guckt mal, wie fluffig weich die innen sind. Ihr braucht dafür 500 Gramm Mehl. Ich habe mich heute für Dinkel entschieden. Gebe dazu ein Teelöffel Salz, ein wenig Butter und danach füge ich auch Zucker hinzu. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich zeige es euch aber auch nochmal zum Schluss. Dann könnt ihr dann nochmal eben einen Screenshot machen. Nun die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Wie das geht und die Alternativen findet ihr oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen Milch und klar, es wären keine Quarkbrötchen, wenn wir jetzt nicht noch Quark hinzugeben. Ich habe mich hierbei für Magerquark entschieden. Das finde ich ist immer so die schönste Alternative, weil es dann auch nicht zu fettig wird. Ihr könntet da aber natürlich auch jeden anderen Quark verwenden. Und da das heute so ein einfaches Rezept ist, habe ich mich dafür entschieden, das Ganze schnell per Hand zu kneten. Meine Cendoas Küchenmaschine, die ich sonst verwende, ist nämlich gerade schon im Beschlag genommen. Und ich wollte euch aber unbedingt dieses köstliche, einfache Rezept nochmal eben nebenbei zeigen. Und es eignet sich tatsächlich auch ideal dafür, wenn ihr zum Beispiel campen geht und da köstliche Brötchen haben wollt. Das lässt sich so einfach zubereiten. Mit wirklich wenigen Kniffen ist das fertig. Vor allem später zeige ich euch, wie einfach ihr diese Brötchen einfach formen könnt. Wobei formen wäre das falsche Wort dafür. Aber wie gesagt, später dazu mehr. Falls euch solche Rezept-Videos oder generell Videos über selbsthergestellte Hefe, Lievito Madre und auch Sauerteig gefallen, dann freue ich mich über ein kostenfreies Abo. Dann verpasst ihr keine neuen Videos, wenn es wieder was Neues gibt. Und natürlich über einen Daumen hoch. Wenn ihr mir dann auch noch einen Kommentar schreibt, bin ich wirklich richtig glücklich. Denn das hilft mir hier auf YouTube einfach weiter zu wachsen. So, ihr seht schon, nach kurzer Zeit wird der Teig viel schöner und geschmeidiger. Arbeitet so lange, bis die Butter sich wirklich aufgelöst hat. So sollte der Teig aussehen. Ein kleines bisschen klebrig. Da darf er dann ab in die Glas formen. Dann kommt der Deckel drauf und darf ruhen, bis er sich verdoppelt hat. Bei der natürlichen Hefe dauert das circa 8 bis 10 Stunden. Ihr könnt es zum Beispiel abends ansetzen für den nächsten Morgen. Und dann lassen sich ganz leicht köstliche Brötchen formen. Der Teig ist hier ein bisschen weich. Ihr könnt es sehen. Ich gebe jetzt erst die Schokostückchen hinzu. Also in Form von Schokotropfen. Bei uns ist es nämlich tatsächlich immer sehr warm. Und würde ich die vorher hinzugeben und sie dann per Hand in den Teig kneten, dann besteht die Gefahr, dass die Schokolade sich auflöst. Und der Teig braun wird, was jetzt nicht schlimm ist. Aber ich wollte tatsächlich die genauso haben, wie es der Bäcker nebenan hat. Und das ist so dann tatsächlich am besten. Das heißt, ihr könnt die Schokotropfen ganz einfach kurz mit der Teigkarte unterheben. Das dauert vielleicht ein, zwei Minuten. Dann habt ihr das. Bei den Rosinen könnt ihr das selbstverständlich dann per Hand machen. Da ist das nicht das Problem, dass sich diese dann auflösen. So, ich schaue, dass ich hier auch den ganzen Teig habe. Schön kneten. Falls ihr nochmal Rezeptwünsche habt, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Oder auch wenn Fragen oder Unklarheiten sind. Darüber freue ich mich natürlich auch und helfe da selbstverständlich gerne weiter. Beachtet hierbei bitte, wenn ihr wirklich etwas habt, was euch unter den Nägeln brennt. Und das muss ganz, ganz schnell beantwortet werden. Dann guckt euch unten mal meine YouTube-Mitgliedschaft an. Die ist monatlich kündbar. Ist wirklich nicht teuer. Und ihr habt da die Möglichkeit, schnelle Antworten, exklusive Rezepte vorab und auf Videos zu erhalten. Und seit einiger Zeit verlose ich auch einmal im Monat zehn neue Mitgliedschaften. Dann könnt ihr das Ganze auch nochmal eben ausprobieren. So, ihr habt gesehen, ich habe jetzt meine Arbeitsfläche ein bisschen mit Mehl eingestreut. Das geht ganz einfach mit meinem Mehlstreuer. Das Equipment, was ich nutze und empfehlen kann, wie immer unten in der Beschreibung. Und schaut auch nochmal eben in meinem Amazon-Shop nach. Es gibt tatsächlich immer wieder Angebote, die ich euch da verlinke. Das heißt, falls ihr neues Equipment braucht und ihr wollt sparen, guckt da nochmal eben vorbei. Ich habe jetzt den Teig, wie ihr gesehen habt, gar nicht groß geformt, sondern einfach nur so ein bisschen eckig gemacht. Da drüber noch ein bisschen Mehl gestreut. Und dann mit der Teigkarte, es würde auch zum Beispiel ein Pizzaroller gehen, könnt ihr dann einfach acht einigermaßen gleich große Stücke hier abstechen. Denn das Original vom Bäcker bei uns, Umme Ecke, ist tatsächlich eckig. Und das wollte ich natürlich genauso lassen. Und ich darf schon mal so viel verraten. Sie schmecken tatsächlich mindestens genauso lecker und sind so richtig fluffig. Also ich war tatsächlich sehr überrascht, dass es doch so einfach geht, diese Brötchen nachzubacken. Ich habe dieses Rezept auch nochmal optimiert. Ich hatte mal vor einigen Jahren euch so etwas schon mal gezeigt. Aber dieses Ergebnis nach dem Backen finde ich doch um einiges besser. Lasst die Brötchen noch kurz 30 Minuten ruhen, bevor ihr sie in den Backofen schiebt. Und dann habt ihr dieses köstliche Ergebnis. Und falls ihr mehr Rezepte haben wollt, dann schaut doch mal eben nach. Ich habe hier Neues für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und Nachbacken. Und ich bin natürlich bald wieder zurück. Eure Emma Und ich bin natürlich bald wieder zurück.